ja und ist nicht also mein gott ich habe mein ding ist man rakieren er hat er kann ja gar nicht ich kann auch nicht den okay ich kann ja mal nachdem er war nicht mein recht immer der anrucksack deswegen ja da kennen wir fahren ja einen rucksack und dann kann ich einen robot gar nicht benutzen wir haben nicht mehr daran gedacht sie jetzt nicht so nach schnee aus dann sind schon gegner das ist ein gerät sie hat mich selbst schuld so ist es mal löcher finden und schließen ok eine position nordwestlich aber das ist ein verwerber genau ja ja aber ein schnell das ist ein großes glaube ich ja das nicht vorwärts laufen wenn ihr mit dem ding feuer 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 ich hab mich mal von dir fern hat er leute leute ich lasse mich nachladen lasst mich da waren aber so weg von mir war geschützt war ich war löcher code wir haben nicht mehr mit der zeit irgendwie hat dann nicht getroffen aber waren andere sachen die explodiert sind ich habe mich getroffen mit meinen mit meiner galatenpistole aber irgendwann anders ist dann immer okay er hat aber schon jeder voll schnell mein geschützt wird irgendwie was kommt ihr habt ihr kills ja das ist ein stürmer gesteckt naja ist noch nicht tot meine position nein und da war war man vielleicht hat mich ja ganz ruhig oder sind gegner aber die haben uns nicht gesehen naja du lenkst die ab und ich mache ihren erstag gut perfekt also muss er nicht in meiner richtung nicht ha 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 war das ist meine löcher war naja wahrscheinlich ich meine da ganz unten ist auch noch eins aber das schafft man glaube ich nicht mehr in der zeit so muss das mit den insekten ganz schnell schmerzlos mann schützt tötet irgendwo war ich gerade genau noch du lieber kaputt wenn ich hoffe marien feuer unter den internen ja damit ein feuer und ich mit meiner elektrizität wenn groß von der demokratie herr kommt schirmer noch kann aber kommen ein geschützt er ist mein geschick zu gestört man ja ja immer noch da gibt es nicht ich bin markiert nach auf den ich dachte nicht richtig ja die kann er sich abholen ein leichter mehr zeit zum fahren ja wer gut wenn er hat jetzt schon bekommen massen geschlossen ein weiterer sieg für die richtige seite der geschichte glaube ich habe gegen die roboter benutzt aber ich weiß nicht mehr oder ja so 69 pro nice da sind sie ja doch menschlich wenn er darum ist aber tun kann unseres nächsten sieges rückt näher studie so hat nämlich dann jetzt ja der von wer versagt der boden sache kein primär ein bug kann man auch für unterschiedlichste weise heute papier verschiedene strategien aus und sie was funktioniert denn der gehst in diesem video denken heute aufspießen so habe ich auch so eine serie heutzutage auch noch funktioniert serie bei engel die ganze zeit irgendwie ihren freundin die zu tode geprüft mit riesigen knüppel brutalste weise was sogar gezeigt wird ja jetzt hat uns mal wieder dass wir zum kaputt machen für dich glaube ich dann nicht habe ich endlich mal übertragung zerstört dort 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 da steht der zum sterben ja ich meine ja ein paar mal gegen die berne geschossen also gestorben ich weiß noch hier verstehen wir müssen der erz aller position verifizieren aber auf der karte wird geschlagen gezeigt ich habe nur die haben abpackt im blitz da kann es da ich bin auch bei einer nähe ich möchte ich nur waren wenn du einen gut aussehenden typen sie ist dann denkt man das bin ich glaube ich das ist gewöhnungsbedürftig dass ich nicht auch vorne bewegen dann bewegst du dich in die flammen rein ja ich habe ich noch feuer gefragt also also sehen wir kommen jetzt hier wieder so klar da krieg schon wieder motivation auf schwer zu versuchen aber dann können wir wieder auf die fresse so frustriere die einzige motivation war ja eigentlich nur für die proben aber ich bin ja noch nicht mal auf den schwierigkeitsgrad müssen wir schon direkt über den übernächsten gehen glaube ich radio station endlich mal am anfang ja ja okay ich übernehme das terminal What? Oh. So. Schneller. Ich tu den Daniel mal ein bisschen Dampf reinigen. Na. Ja. 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 Ja, einfach. Ja. Ja, ja. es ist ein stürmer da lebt noch mein gott so besser ein fahrrad reingerannt na dann treffe ich dir nicht ich denke mal schlechter zeitpunkt gerade ich habe mein ding jetzt gar nicht nachgeladen irgendwie bleibt er stehen und macht nichts ich weiß nicht was mit dem ich gerade los war aber der hat sich nicht bewegt ich habe ja mal getötet ich mein sagen müssen wir schon ich brauche schon money für meinen raketen einfach wir brauchen vorräte und unterwegs und der ziel in der nähe okay ich übernehme das wo seiner da findet er so geschützt von mir die 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 okay ja das wollte ich halte ganz da ist mein schütz wieder immer abschießen 10 10 kalt hier da weil das ding gefällt und das ding nicht er war ja nicht getroffen hat und höher geschossen sonst aber wir sind eine menge sehen für sich auf dem weg wir haben ganzen segenswürdigkeiten ja so an alle an einen ort das soll aber machen müssen oder ich habe mir ja proben wie blöd mit dem feuer ja eine menge proben kriegen wir heute wie geht es zu meiner schwester da tue ich mal ein geschützten wir beide direkt hier hochgeschäftig aber warum habe ich dann gebrannt das ist der flammenwerfer ich drücke dieser gabelstapel ist das rote blutkörperchen der gelenkendemokratie das alles lebensnotwendige an seine bestimmungsort bringt sagt er einfach dass ein gabelstapel das ding befeuert ein ding zum von ein ort zum nächsten muss ich alles immer symbolikern ist ein stürmer ich glaube ja es ist uns hingedreht ich weiß nicht ich schieße trotzdem das leben da soll ich mal hierhin drehen ja genau so und weinen erkennt ich nicht ob das vorne oder hinten ist aber es war ja erst vom bein sein nekelhaft das habe ich mir gedacht ich habe auch mit natürlich rot auf einmal ich habe das im panik ein bisschen zu sehr angeheizt da kommt schon wieder ein stürmer der stürmer kommt auf dich zu der stürmer kommt auf dich zu eingeschossen dann gehe ich ein okay wenn man bei uns hauptmissions irgendwo hier na gut wir machen wir erst mal was man zwei wochen pause und schon dass ihr neue fähigkeiten freigeschreitet neues potenzial ja stimmt du weißt das nicht ja kenne ich bestimmt wir mussten 150 ja aktiviert werden mein gott ich übernehme das terminal e2 ein geschüttert was erdeckt er schafft hat schon ich mache das das geschüttert hat schon keine funktionär ich bin am terminus ich bin am terminus wir sind verblüht und froh ich bin noch ein ladebalken irgendwo kommen sie ja da haben wir geschützt jetzt wird zeit zu haben sie ja aber wo ich glaube du willst ich habe gebraucht ja 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 umdrehen kollege umdrehen zu mir umdrehen wenn es geht ja ja da hat er so cool gewesen wenn ich ihn hätte auf mich zugestimmt wäre ich hätte er voll wie gerade gewesen ja ja und hat nicht schon gemacht natürlich ist es jetzt da unten rechts was soll noch über gegner bei dir was soll man wi-fi ja 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 stürmer ja warum ich habe zum ersten mal in seinem mund gesehen ich glaube er ist tot also möchte der gleiche ja ich habe schon geschützt passiert und so genau gleich gesagt ja ja was willst du sagen also ich habe da ja irgendwie habe ich deine probenball gesammelt ich habe eine proben gesammelt ich habe proben welter gefunden also das ist ein wenig demokrassi magazin leer evakuierung sobald ihr bereit wo ja ja da ist ein stürmer rausgekommen dass ich im back durch buch ausgekommen habe ich noch nie gesehen doch ich stehe genau da ich habe meine waffe nachlangen das kriegt er nicht ich brauche nachladen leute aber aber nee das war dass man nicht auf den aufgehen wenn es geht schon gesehen paket gefunden lege paket reingetan sprengstoff eingetan sprengstoff lege paket an 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 da wird mir die emotionen auf sich hat aber da machen okay ja ein paar reingetan ja noch eins kommt machen wir ja nur 1 mann vorräte vorräte liegen irgendwo ja schon platziert glaube ich sowieso nichts mehr zu erledigen glaube ich ja ein ding ist ja noch irgendwo stürmer ja 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 eine kleine gruppe stand alle nachschub bis in zehn sekunden gleich da kommt schon die nächsten ich habe doch durch mein ding umsonst ein platziert ok bringst die roboter auch nicht so gesagt aus rollenspiel aspekten machst du nicht gegen die roboter kann meine hand aufhören einzuschlafen ich brauche die zum drücken ich habe zwei getroffen sobald ihr bereit seid aber alles noch einmal so wenn wir dann mein adler war oder dahin aber irgendwas hat ja ist ja ehlich 16 pro mann normale proben so viele sehenswürdigkeiten ja ich glaube ich sehe nichts vor karte doch da ist noch etwas ganz kleines ich nehme mal diese diese weißen dinger mit so mit so rahmen drum die haben wir noch nicht ja aber die werden ja auch angezeigt wenn wir die allee nicht haben oder so alles was so einen weißen rahmen hat nämlich an haben wir noch nicht erkundet oder ich gehe ich gehe mal auf so einen ding los dann sehe ich doch ja jetzt haben wir im moment sozusagen wie so eine streitachse in der hand so beiden händen helfe heute bitte lass mich nachleihen da mache ich weiter mit euch da kann ich mal springe aber durch die gegend aber hier kommt noch ein geschützt mein gott du bist doch nicht hier verheiratet aber ja da war ich sehen wir tote insekten kleine sehenswürdig gut alles was ich brauche und dann weiß ich dann haben wir die mit den rahmen schon gefunden weil sie nicht die mit den hier ja sie ja mit diese komischen darin ich weiß nicht werde zum polis zum drachen so drachen ja 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 so ne so um an vor meint weiß ich auch nicht schnell einfach immer diamanten keine ahnung parallelogramm nein das hat mich wofür steht an lp let's preach ich das ganze ich habe ein bisschen heller geworden hier ist vorher noch mehr davon 20 sekunden auch jemand oh gott er hat aber geschützert kaputt gemacht man weglegen ähnlich in sich ja 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 also man kann auch schaden ja ich glaube ich kann ja was hochleveln da meinen proben 73 prozent präzision bei der mein gott so kann ich auch noch eine sache hochleveln eigentlich theoretisch so viele proben wie ich das wort heißt nun kohle ich weiß mit einem neuen damen wie weiß mit john claude von darm scheiße hero ja ja